ja bei diesen besten gar ein kleiner präsentieren sie messen mit dem temperaturen und messen herz willkommen zu dieser neuen folge fortnite wir spielen heute ja wir spielen fortnite habe ich gerade schon gesagt nicht doof auf jeden fall versuchen wir immer zu gewinnen ich habe ja schon 50 siege insgesamt ich glaube fast 100 siegen fast 100 siege aber versuchen heute einfach mal so zu gewinnen das dürfte sich als etwas schwieriger weisen kann jetzt mal reinkommen alter 30 sekunden startet die lobby erst mal toll marsch alter noch 16 sekunden ich habe mir noch ein bisschen rum zu lassen jetzt beginnt so da ist der party bus und es geht los springen wir raus so kommen wir runter wir kommen da unten dann springen wir noni lodge nein warte wir springen ins labyrinth da wird safe kein mensch sein kein mensch wird da sein kein sauer entspringen ich mit der hände spring zu loni lodge scheiße springt auch einer hin oder ne der springt vor mir lol springt keiner dahin wir müssen uns nur beeilen ich hoffe hinter uns ist keine ok hinter uns ist kein mensch gleich sind wir da ein bisschen tiefer schon mal weil das dort also schon 20 leute sind schon 13 leute draufgegangen wir hatten 92 das ist heftig das ist jetzt immer direkt mehr direkt das ist sehr gut das ist sehr gut und da unten war glaube ich ein schlopftrack ne schild noch besser und hier sind noch zwei andere tun warte mal da müssen wir weit laufen das ist noch eine kiste die nehmen wir mit hier sind wir noch eine kiste save ne da geht es rein das war richtig unnötig irgendwie aber egal leute nice wir haben direkt einen raketenwerfer das ist sehr geil verbände vielleicht ist hier noch eine kiste da hinten ist noch auch noch sturmgehrt das nehmen wir auch mit das heißt das sehr gut auch jetzt noch eine bessere schock kann er wäre schon gut aus gestattet mit sachen oder noch ein schild rank das ist ja auch geil raketenmunition das ist sehr gut alter wie viele leute aber schon gestorben sind knapp die hälfte der leute leben immer nur noch in einer stadt werden safe hier reingesprungen sein ich habe noch ein schild sollte da könnte noch sein noch genug zeit ich glaube noch mal da oben zu diesem muster ist immer was geils drin manchmal schlöpftrinken so ne kacke richtig heftiges stuff auf jeden fall munition mitnehmen da gehe ich jetzt nicht rein das dauert mir zu lang da gehe ich jetzt nicht rein das dauert mir zu lang hier ist aber nichts die shotgun ist irgendwie scheiße auch eine bessere als ob jetzt schon drop runterkommt aber ich hole mir den glaube ich ich weiß nicht ob ich mir den holen soll soll ich mir den holen das ist mir zu gefährlich alter container das sind auf jeden fall mit ich bin jetzt ein bisschen leise weil ich muss hören spiel sound ihr versteht mich wahrscheinlich da könnte noch eine kiste drin sein sieht nicht gelootet aus da hinten könnte noch was sein schade deutlich noch munition dann ist so eine kiste gehen wir noch hin als ob hier keiner ist alter wo sind die alle runter gesprungen ich glaube das ist sehr gut das nehme ich gleich wieder mit ich habe mir gar keine shotgun werden dann ist gar das reicht eigentlich jetzt nach zweiter für nahkampf das gar ist eigentlich gut wegen schaden und halt ob hier keiner ob hier keine sauber oh mein gott so wenig ist es hier nicht gelootet das ist mir lieber da sind die nicht erwünscht scheiße der shotgun ich erpiss mich halt aber das knapp schnell hochreilen scheiße die bordern kommt weil ich okay das schaffen wir oh mein gott der hat richtig gute sachen das nehmen wir gleich wieder keine money mehr scheiße die border das schaffen wir oh mein gott oh mein gott lass mich den schilddrang wieder trinken ist das überhaupt alles nachgeladen ok dann laufe ich mal weiter bevor die nächste border kommt ist hier noch was die gegner war echt schlecht der hatte voll die schisch der schuss war wo alter den baum ist einer die zwei muss ist muss auch wenn sehr gut ja leute ihr wisst nicht wie mein herz gerade pocher wenn ich jetzt noch eine scar finde das wäre doch geil ich käme hier einfach im haus und lauf dann in die nächste border rein oh mein gott ich könnte die runde halt echt gewinnen warte mal wie viel metall habe ich 100 ok das reicht ich lauf jetzt in ein kleines haus rein und dafür kämpfe ich mich da bis die nächste border kommt hier ist noch keiner gewesen das teil brauche ich noch für ganz zum schluss hier ist noch nicht das ist das ist das ist ich glaube da ist keiner oh mein Gott da ist einfach einer sehr gut das war gut meine Freunde das war super gut ich muss in die nächste border es läuft hier gerade voll und safe ich brauche mir jetzt einfach eine kleine Base aus Metall ich brauche mir jetzt mal so das war ganz oben so perfekt schiech fanaten von mir kam die schiech 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 ein schiech 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 Das war's für heute. Leute, wir könnten das echt gewinnen. Ohne Scheiß. Das sind die Verbände, Alter. Gucken wir auf beides. Okay, wir gehen jetzt weiter. Das sind noch neun Leute am Leben. Wir schleichen jetzt einfach hier lang. Das ist keiner mit drin. Geh mal raus. Tür zu. Leute, sorry, meine gleiche Schwester ist reingekommen. Als ob der Drop, alles klar. Da werden wir eh mal den Tag nehmen. Komm Leute, was machen wir jetzt? Schießt, Digga. Komm, alles klar, bei uns hubst du einfach ein Auto. Oh, noch acht Leute, Alter. Das wird richtig knapp. Schieschmann. Aber ich hab vier Kills und ich hab noch 50er Schuld. Das sollten wir eigentlich packen. Ich muss nur aufpassen. Bei mir ist einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das zu knapp. Ach du Scheiße. Das war's. nein 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 leute nein oh mein gott nein schade leute schade ich würde sagen wir sind die nächste folge und haut rein